Sie sind hier 28. September 2018, 20 Uhr 8 von Philipp Knopp, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern, verkleinern aus der Talentschmiede des FC Barcelona stehen einige Youngster vor dem Sprung zu den Profis Urheberrecht Sport 1 Grafik Getty Images die Mago München, der FC Barcelona will offenbar Paul Pogba verpflichten. Dabei befindet sich ein verheißungsvolles Mittelfeld-Talent schon in ihren Reihen. Sport 1 wirft einen Blick in La Masia. Weil sein Verhältnis zu Trainer José Mourinho auf den absoluten Tiefpunkt zusteuert, wird Paul Pogba verstärkt mit einem Wechsel von Manchester United zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Einen wie Pogba haben die Katalanen in ihrer Jugend aber schon. Sport 1 stellt Barkas aktuelle Top-Talente aus der Nachwuchsakademie La Masia vor.